So, Paul, wir sind hier in der Mitte von Gammelschütze und das ist ein Gruss, ein Gruss, ein Gruss, dass wir es Wir haben eigentlich beobachten, mit einem Freund von Bruno, der hier aufgewachsen ist, der Thomas Hartwig und wir möchten ihn bedanken mit uns. Was da passiert ist, ist zu 6.00 Uhr der Seller, wo wir schon ein paar wieder reingekommen haben, aber es war nicht möglich. Und schon bei anderen Plätzen angeklopft, einige Leute mit uns sprechen, besonders alte Ankeler, die uns wirklich gesprochen haben. Aber ich möchte euch erzählen, was da passiert ist in 1621. On October 11, über 300 Cavalier und Musketeers pillaged Gammelschütze und shotte ein junger Mann und ein kleiner Junge, 3 oder 4 Jahre alt. Several Menschen waren fatally wounded. The little boy, in his childlike way, wanted to take his coat off and give it to the soldier, so he would not hurt him. But the wicked man shot him all the same. There was no mercy for anyone. Ich möchte, I just like to point out, wie viel courage und wie viel Glauben der Leitung kommt zu Doder. Ja, wohnen und wieder aufbauen und auf Adoham sind nicht weggegen. Und we just, we honor that. Und also, wir still ziehen von der Kroft und Glauben und Courage, wie sie kommen. Aufbauen. Gut. contributions. Tee Home. 内 up Kevin Vierpieces Das mit Geschosse in". Untertitelung des ZDF, 2020